hallo und herzlich willkommen in den monis bastelzimmer ja ich habe jetzt gerade das video gedreht für freitag und ja wollte jetzt einfach noch mal euch auf ein angebot aufmerksam machen was es jetzt im oktober bei stampin up gibt es ist ein mega angebot stampin up gibt es ja seit 35 jahren und dazu zu diesem jubiläum gibt es eben eine ganz tolle aktion wenn ihr einsteigt also option 1 ihr zahlt 83 euro 85 bekommt aber produkte im wert von 175 euro also wirklich das ist ja wirklich mega dann habt ihr noch mal eine zweite option ihr bekommt produkte für 236 euro 25 und zahlt aber nur 129 das ist ja schon also das sind zwei super angebote und top gibt es aber noch was dazu und top bekommt ihr noch mal 82 euro quasi geschenkt weil ihr automatisch an dem kostenfreien virtuellen on stage event im november teilnehmt also im november gibt es ja wieder eine aufzeichnung ein event aber leider nicht live sondern nur online für die demonstratoren da ja dürfen wir in den neuen katalog schauen der also den neuen frühjahrskatalog und dann die gratis aktion die celebration die dann ab januar läuft und dazu bekommen wir ganz viele ja ideen schon mal wir dürfen das natürlich dann auch vorbestellen also als demonstrator habe ich ja immer vier wochen vor laufzeit um die produkte zu bestellen und dann euch natürlich auch vorher zu zeigen zu präsentieren und ja für mich ist das immer das größte wenn man ja in den katalog schauen kann also das ist irgendwie immer total spannend und natürlich auch wenn man dann natürlich auch ideen dazu bekommt und ja es ist einfach unbeschreiblich also live ist es natürlich noch mal schöner aber wie gesagt live wird nächstes jahr wieder sein und jetzt im herbst ist es online aber da werde ich dann zusammen mit meinem team ein ja ein treffen machen und wir werden das zusammen anschauen und da lade ich dich gerne ganz herzlich ein dabei zu sein ich würde mich freuen und es ist wirklich ein mega angebot und man verliert nichts also man also man gewinnt eigentlich nur und das ist wirklich wirklich mega toll und ihr habt bestimmt einige sachen auf eurer wunschliste und ja dann nutzt dieses angebot kommt es in mein team und genaueres kontaktiert es mich gerne ich bin für euch da und berate euch und helfe euch und dann freue ich mich auf eine gemeinsame kreative zeit habt einen ganz schönen tag am freitag zeige ich euch diese mini alben seid gespannt bis dann tschüss